Es ist Frühling. Die ersten Blumen blühen. Ihre Schulfreunde spielen endlich nach dem langen Winter wieder draußen. Lena bleibt in ihrem Zimmer. Ihre Nase läuft, ihre Augen tränen und ihr Rachen juckt. Pollenallergie, auch Heuschnupfen genannt. Vom Kinderarzt bekam sie Tabletten gegen die Symptome. Doch ihre Mutter hat den Beipackzettel gelesen. Gibt es nicht auch Medikamente gegen Allergien ohne Nebenwirkungen? Zum Glück übernimmt die BIK die Kosten für homeopathische Behandlungen. Diese Behandlungsform soll nicht die Symptome unterdrücken, sondern die Selbstheilungskräfte des Körpers stärken. Denn wenn nur die Symptome unterdrückt werden, besteht die Gefahr, dass die Allergie auf andere Körperteile ausweicht. So könnte aus Lenas Heuschnupfen eine Allergie werden, die Juckreiz verursacht. Heike hat für Lena einen Arzt ausgesucht, der zusätzlich homeopath ist. Denn die Kosten einer Behandlung beim Heilpraktiker werden nicht übernommen. Dieser Arzt führt mit Lena erst einmal ein ausführliches Einstiegsgespräch. Dann verordnet er Lena winzig kleine Zuckerkügelchen. Das sind ganz speziell für Lena zusammengestellte homeopathische Medikamente. Denn jeder Heuschnupfen, sagt die Homeopathie, ist anders und sollte individuell behandelt werden. Anders als bei vielen anderen Arzneimitteln wurden zur Entwicklung solcher sogenannten Globuli keine Tierversuche durchgeführt. Und sie haben keine der von Heike befürchteten Nebenwirkungen. Das bringt Heike auf die Idee, dass die Homeopathie sich nicht nur zur Behandlung von Heuschnupfen eignet. Michael könnte einmal feststellen lassen, was da so juckt. Schuppenflechte oder Neurodermitis. Gegen beides gibt es homeopathische Behandlungsmethoden. Lena ist schon längst wieder im Freien. Ohne laufende Nase, tränende Augen oder juckenden Rachen. Jetzt wird in schönster Frühlingssonne Fußball gespielt. Da kann ringsum blühen, was will. Dank einer sanften, homeopathischen Behandlung und einer Krankenkasse, die dafür die Kosten übernimmt.